Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf DOWG! Wer Summerjams Track vor einigen Tagen sich reingezogen hat, der wird auf jeden Fall irgendwie auf die Idee kommen Ey Digga, diesen Track, den hab ich schon mal irgendwo gehört Auf jeden Fall nicht den Text, sondern den Beat Oh mein Gott, was ist das bloß? Ja, natürlich, meine lieben Freunde! I like to move it, move it I like to move it, move it She like to... Ja, meine lieben Freunde Dieser Track ist natürlich ein Klassiker in den 90er gewesen, meine lieben Freunde Wer Madagaskar kennt, der kennt diesen Track oder den Beat natürlich auch I like to move it, move it Ja, meine lieben Freunde, sowas, was Summerjams in diesem Lied oder besser gesagt in diesem Track eingefügt hat nennt man ein Sample, meine lieben Freunde Samples sind beispielsweise kleine Sequenzen aus einem Original Cover oder aus einem Lied was man natürlich verändert und natürlich in seinen eigenen Track einbauen kann Er hat das natürlich wirklich souverän gemacht Es hört sich irgendwie an wie das Original I like to move it Aber irgendwie aber auch nicht, was sich meiner Meinung nach richtig geil anhört Ich finde es ziemlich cool, dass man 90er Jahre Hits oder besser gesagt Samples aus dem alten 90ern reintut in seinen Tracks Ich finde das echt geil Ich feiere den Track an sich auch Gringo ist auch ein cooler Künstler mittlerweile Ich finde den echt geil Aua! Oh oh! Ja, meine lieben Freunde, wie findet ihr den Track von Summerjam? Findet ihr das cool? Ach übrigens, sein Album kommt auch dieses Jahr raus Also man, 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 dieses Jahr gibt es nur ein Album nach den anderen Also es wird auf jeden Fall zu wild, meine lieben Freunde Also meine lieben Freunde, zieht euch gerne diesen Track rein von Summerjam und Gringo Ist auf jeden Fall ein cooler Hit von den beiden Haut rein, meine lieben Freunde Und abonniert natürlich meinen Kanal und lasst mir ein Like da Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende Oder wenn ihr das gerne... Peace now So